Hallo, ich möchte euch etwas zu unseren Nüssen sagen. Ich bin die Barbara Tui Pichl vom Obst Häusler und ich bin hier in der Geschäftsleitung tätig. Wir bekommen die Nüsse direkt vom Importeur, der die nach Deutschland bringt und der hat unheimlich viele Qualitäten und richtig, richtig gute Ware. Die packen wir dann ab für euch in verschiedene Größen und damit man testen kann, wie gut die Qualität ist. Es ist am besten, dass wir euch da etwas zuschicken und ihr das einfach mal ausprobiert. Mein Favorit ist das Studentenfutter und die Datteln. Die Datteln kann man zum Beispiel ins Frühstücksmüsli reinschneiden und das Studentenfutter kann man zwischendurch mal snacken oder am Abend so ein Glas Wein verwenden. Und jetzt kommen wir zu Part 2. Das ist Teil 2 und jetzt stelle ich euch die Avocados vor. Damit eine Avocado richtig gut schmeckt, muss die frisch sein, aber auch perfekt vom Reifegrad her. Und bei uns habt ihr den Vorteil, dass wir zwei bis drei Mal die Woche direkt zur Reiferei unserer Hausmarke Strubelpeter hinfahren und dort perfekt gereifte Avocados in Sushi-Qualität kaufen. Die sind dann einfach genau richtig vom Reifegrad zum Sofortessen und schmecken richtig gut. Also wenn du jetzt schon Interesse hast, dann klick doch gleich hier. Dann kommst du bei mir am Telefon raus und dann können wir darüber reden, welche Produkte für dich optimal und perfekt sind. Mein Name ist Barbara Toi-Pichel von der Firma Häusler, frisches Service und ich freue mich auf dich.